Die Summe dieser Teile ergibt einen hochwertigen Pantoffel, der individuelle Designwünsche und die notwendige Fußversorgung zu einem Ganzen vereint. Die Valinus haben wir jetzt neu im Programm. Das ist ein Pantoffel mit einem maßgefertigten orthopädischen Fußbett. Das wird individuell für den Kunden angepasst und bietet dem Kunden eine perfekte Unterstützung am Fuß und es gibt eine Vielzahl an Modellen und verschiedene Farbkombinationen, die man wählen kann. Die Valinus-Reihe ist auch deswegen wohltuend, weil sie mittels computergestützter Fußmessung ganz genau angepasst wird. Der Fuß wird mit einem Scanner abgemessen. Dann werden die verschiedenen Problemzonen und die Schmerzstellen besprochen, die man dann auch freilegen kann und weichbetten. Und dann wird einmal ein Modell ausgesucht vom Kunden. Entweder für den Winter, da haben wir jetzt zum Beispiel diesen geschlossenen Glock oder für einen Sommermodell einen Flipflop oder eine Sandale. Insgesamt braucht es vier Schritte bis zum fertigen Modell. Die Grundlage bietet eine qualifizierte Auswertung und Analyse der gewonnenen Daten, um eine individuelle Einlagenpassform zu gewährleisten. Am Ende der Messung schlägt das Programm sogar passende Modelle vor. Einmal ausgesucht geht es zur Produktion der Valinus-Fußbettungen. Perfekt gefräst geht es zurück zur Firma Gerlinger in Amstetten, wo die Einzelteile wie Bettung, Riemen, Zehensteg und Laufsohle in Handarbeit sorgfältig zusammengefügt werden. Es gibt verschiedene Materialien aus Leder, aus Kunststoff und auch ganz viele Farbkombinationen. Also man kann wirklich seinen eigenen Schuh da gestalten. Auch natürlich die Kunden, die keine Beschwerden haben, sind gerne willkommen, damit man einfach seinen eigenen gestalteten Schuh kreieren kann. Auch für Männer stehen Valinus Beach, Fit, Sandalen und Clocks zur Verfügung. Individuell angepasst sorgen diese In- und Outdoor-Pantoffeln für das besondere Laufgefühl. Auf die Frage, wie Valinus aussehen, kann man nur antworten, immer wieder anders. Denn durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten entstehen immer wieder neue Varianten. Es gibt verschiedene Materialien, zum Beispiel aus Leder, das ist mehr für die Freizeit. Aber auch die Kunststoffe sind auch fürs Wasser geeignet, wenn man in den Urlaub fährt oder in die Therme oder Sauna geht. Und für den Winter gibt es dann einen aus Filz, der ist wirklich zu 100% aus Filz und schön warm. So erhält jeder Kunde ein besonderes Unikat, das ganz den Wünschen und Bedürfnissen angepasst wird bei Schuhe und Orthopädie Gerlinger in Amstetten.